Bei Borussia Mönchengladbach hört die Suche nach vielversprechenden Talenten nie auf. Und in den letzten Wochen hat ein neuer Name die Aufmerksamkeit von Fans und Trainerstab auf sich gezogen, Lukas Ulrich. Der junge 20-jährige Außenverteidiger, der 2023 von Hertha BSC nach Gladbach kam, scheint auf einem guten Weg zum Star zu sein. Aber ist er bereit, ein unangefochtener Starter zu werden? Da Luca Netz, der linke Startspieler, eine Fußverletzung erlitt, suchte Trainer Gerardo Seuane nach Alternativen, um den Defensivbereich konstant zu halten. Zunächst übernahm Joe Skelly die Rolle, doch erst im DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt gelang Ulrich der große Durchbruch. Und er hat nicht enttäuscht. Ulrich überzeugte nicht nur im Pokalspiel, sondern hielt sein Niveau auch im folgenden Bundesligaspiel gegen Werder Bremen und bewies damit, dass er eine verlässliche Option als Linksverteidiger ist. Ulrich zeichnete sich durch seine Balance zwischen Verteidigung und Angriff aus, zeigte einen ähnlichen Offensivdrang wie Netz und auch eine überraschende defensive Sicherheit. Seuane lobte bei der Beurteilung der Leistung des jungen Mannes dessen Konstanz in beiden Spielen und betonte, dass Ulrich sehr konstant gespielt habe. Eine solche konstante Leistung ist genau das, was Gladbach braucht, um sich den Herausforderungen der Bundesliga zu stellen. Doch trotz der Begeisterung eines Teils der Fans in den sozialen Medien, die Ulrich bereits als potenziellen Starter sehen, nimmt Seuane eine vorsichtige Haltung ein. Er betont, dass Ulrich noch einen weiten Weg vor sich hat, um das körperliche Niveau zu erreichen, das für ein komplettes 90-Minuten-Spiel erforderlich ist. In den letzten Spielen wurde Ulrich gegen Frankfurt in der 69. Minute und gegen Bremen in der 77. Minute ausgewechselt, was darauf hindeutet, dass er noch nicht ganz bereit ist, das Tempo ein ganzes Spiel lang durchzuhalten. Der Trainer erklärte, dass Ulrich seine Ausdauer noch weiterentwickeln müsse, um mit der Intensität der Bundesliga mithalten zu können. Laut Seuane sind die Widerstände im Spiel größer als im Training oder in der U23-Mannschaft. Diese Einschätzung deutet darauf hin, dass der junge Außenverteidiger noch an seiner körperlichen Leistungsfähigkeit arbeiten muss, um sich in der deutschen Oberliga etablieren zu können. Trotz dieser Beobachtungen war Seuane voll des Lobes für Ulrichs Fortschritte und glaubt, dass er in die richtige Richtung geht. Ein weiterer Punkt, den Seuane hervorhebt, ist die Unterstützung, die Ulrich von seinen Teamkollegen erhalten hat. In einem Wettbewerbsumfeld wie Gladbach kann die Unterstützung und Anleitung erfahrenerer Spieler für junge Spieler, die sich ihren Platz in der ersten Mannschaft sichern möchten, den entscheidenden Unterschied machen. Diese Integration ist für die Entwicklung von Talenten wie Ulrich von entscheidender Bedeutung, der Erfahrung und Zeit braucht, um sich vollständig an das Tempo der Bundesliga anzupassen. Seuanes' Mission ist es, die Entwicklung junger Talente mit den sportlichen Ergebnissen des Vereins in Einklang zu bringen. Er weiß, dass eine Beschleunigung des Prozesses sowohl dem Spieler als auch der Mannschaft schaden kann. Doch mit der soliden Leistung, die Ulrich bei den ihm gebotenen Möglichkeiten gezeigt hat, steigen natürlich auch die Erwartungen der Fans. Und du, Fenn? Glaubst du, dass Ulrich als Stammspieler mehr Chancen bekommen sollte oder ist es noch zu früh für ihn? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und nehmen Sie an dieser Diskussion teil.